Der Jorkstich mit Daumenfangmethode, dünnem verzwirrenden Garn, 150 Meter auf 100 Gramm, einer dünnen Knochennadel, Jorkstich mit zwei Verbindungsschlaufen, 1, 2, alte Daumenschlaufe, rückwärts durch die Daumenschlaufe, 2, Daumenschlaufe abheben, Nadel bis an die dickste Stelle schieben, Arbeitsfaden auf der Nadel stramm ziehen und Nadel weiter durchschieben. Daumenfang auf den Daumen. Nochmal. Nochmal. Dann wird das Gewebe auch mit einem dünnen Faden gleichmäßig eng. Und die Schlaufen kleiner, da kann man sehen, die Lücken, aber das Gewebe ist dicht und fest.